ARD Text im Auftrag von Funk 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 um ooooh Junge wie angefragt du musst ey wie angefragt du musst alter geiles Deutsch alter wie angefragt du musst naja ey warte warte mal von den zwei äh sorry ey Junge ich dachte du schießt mich an alter und ich dachte du mich ich wusste dass sie dabei sind ich dachte du wärst schon weiter dahin also dass du weiter gelaufen wärst suchen und zerstören die Ziele verteidigen Vorräte unterwegs was Junge ey Kai jetzt nehm ich die Form du bist so'n Spaß du bist jetzt so hohl ey oh geile Geschick Jungs Junge er ist mal fett gezogen ey ne warum versteh ich einen selber nicht tot ooooh ist klar ey ich hab so ne Zweitwaffe du bist so'n Penner du bist so ein Arschloch hehehe hehehe wenn die komm her jo Noah Noah mach keinen Scheiß Junge der ist so schlecht oh Junge du oh Junge du hätt einfach oh die Claymore kennst ne du hättest gesagt der ist direkt da alter der ist der schwächeste den ich hier gesehen hab ja oh das Schuss das war durchgeschüttet doch du hast erster das war jetzt auch der Wetterkiller er aufgetroffen ich hab' mal mitmesser getroffen ey ach ja ich hab' gern Geschick ja das ist ja nicht schlecht haha die Verbündete Hunter Killer Drohne eingelösen jetzt hab' ich mal gucken wo die hingen weil bei mir war er äh ganz woanders hingegangen die ging gegen die Wand ey Benni das blöde ist dauer Ja, der hatte mit C4. Nein, Marv! Wieso rettest du den denn? Nein. Ey, Benni! Beende die Mission, du bist der Letzte. Mal, Igor, was hast du für ein geiles Aim gehabt? Du hast fast die Hälfte der Munition an die Wand geballert. Ja, toll, ich wusste genau, dass der Master war. Da war ich schon der Druck. Oh, das ist nicht dein Ernst! Oh, die hättest du locker gekriegt, ey, scheiße. Ich hab da voll drauf gehalten, Alter, guck. Guck, ich hab da voll drauf gehalten, Alter. Habt ihr ne Drohne? Guck mal, wie unnürbisch das ist, wie unnürbisch das ist, Alter. Richtig hässlich das Spiel, Alter, deswegen spiel ich den Karten nicht. So, Schallfahrunter, da ist die stärker. Ohne Schallfahr ist die ja einen besser. Suchen und zerstören. Jede Waffen, wir zwei, ist ohne Schallfahrunter. Wir haben die Bombe. Nein, die weg doch nicht. Ohne Spaß, das ist so ein Scheiß-Trick, Alter. Ich kann kotzen von dem Scheiß. Ja, der wird in den Geschirr aufgestellt. Fick dich! Der Lass jetzt woanders auf. Oh, man kann ja gar nicht gucken. Nein, da hatte ich keine Muni mehr. Oh, der ist da hinten rechts bei dem Haus. Geht's links. Scheiße. Ich wollte nicht mal ne Waffe ohne Schalldürfer. Du bist so ein elender Lappen, Pally. Meins ist mein schönes Geschütz, das ich mir erzogen hab, ey. Weg, ey. Nice. Ja, das war ja meins. Gleich, Box. Verschloch. Box. Suchen und zerstören. Dann bin ich beleidigt, Alter. Alter, 2 zu 11. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Du bist so ein Penner, Mann. Dein 2 zu 12. Wechsel ist Chris. Mann, ey. Feuer, 11. Ladungen fallen. Alter. Oh, der Noah ist schon wieder der Letzte. Der ist bei B. Ganz hinten, hinten. Ganz hinten bei B. Den Plakken soll ich direkt selber umbringen. Diese Runde haben wir verloren. Bereit machen für die Nächste. Soll ich mich mal verraten? Ja, okay. Der Noah bringt sich jetzt mit der Z-Pack. Nimm den Xbox mit. Ey, Paddy. Paddy, hast du Karten? Suchen und zerstören. Das sah man vorhin. Ziel neutralisieren. Schieß einfach gegen das Auto. Ich erledige das. Sie ist nicht aktiv. Dann schießt du einfach gegen das Drecks Auto. Wir haben die letzte Tanten, Alter. Oh, geil. Bist du mich verarschen? Nee. Gefahr eliminiert. Lade nach. Hey, Paddy, ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst, Alter? Scheiß Wecker. Jigo, platziere. Ja, warte, ich geh gerade nach A. Was? Jigo, Alter, was machst du? Oh, der hat platziert bei A. Was ist das? Nein, pass auf. Oh, Paddy, du... Nein! Alter, ich hasse Ballista. Willkommen, Ballista ist Kacke. Bitte schweigen, du. Er ist auch voll verkackt. Ey, ohne Witz, damit hat er mich auch gekillt. Kann doch nicht sein. Da fällst du auch geil. Nö, du kannst von den Snipen. Ich weiß, Jigo, Wer spielt denn hier am meisten Sekundärwaffe von uns? Du! Ah! Ja, aber ich spiele dann keine Sniper. Einer ist in der Mitte. Nein, keine Muni! Ja, Alter, ich spiele das schon wieder Pistole. Der kann nichts anderes. Siehst du, der Snack schon wieder zu geben? Jigo, eigentlich habe ich gerade 18 Kills mit M8A1 gemacht. Und wie viel hast du? Ich bin vom Paddy. Ja, genau. Aber ich spiele auch Pistole. Jetzt muss ich mich echt mal konzentrieren. Ich spiele die Pistole wieder. Ach, dass du nur zwei Kills hast, lag daran, dass du dich nicht konzentriert hast. Ja. Ja, genau. Oh, 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 oh. Ich bin nur mal bald. Ich bin nur noch ein einziger. Alter, du wirst das. Renni. Schmeiß dich! Alter, das ist unmöglich, Alter. Er fällt mit dem Haar, aber man kann es nicht so hoch, Alter. Du wirst angehen und ich kipp den König, Alter. Ich bin beim Nachladen. Wo ist der denn hin? Ja! Ja, wie geil, Mann! Ey, Benni. Tu mal, wir hast mal scheiß Magazin drauf, Taggermeister. Das sitzt da hinter der Annel. Oh, dann kriege ich den noch mit dem Dropshot, ey. Suchen und zerstören. Die Ziele verteidigen. Das ist ein Spaß. Ey, macht einer mit mir Basketball werfen. Hab ich für heute. Oh, ich hab gerade geworfen. Oh, ich hab gerade geworfen. Ich auch. Oh, diesmal nicht. Schade. Alter, woher wissen wir schon wieder, Alter? Woher wissen wir das? Drohne. Drohne. Ach so? Entschuldigung, keiner wie so. Ich hab einen erwischt. Wo war der? Ich hab mir verdammt viel Zeit gelöst. Ey, nur noch mal drüben. Nein! Ich dachte, ich kippe auf. Shit, Alter. Alter Schwede. Alter, Benni, 209. Ja. 2,15. Oh, dann bin ich dich. Und nur 1,13. Suchen und verabschieden. Oh, noch hat weniger Todesitzung. Nein, warte, warte, der hat nur ein Kill gemacht, wo der bei uns im Team war. Sonst hat er auch gar kein Kill gemacht. Oh, getroffen. Nein! Alter. 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 Und du sagst, ich kann mich f***en. Ja, du konntest doch nicht snipen. Du auch nicht. Doch. Sauer jetzt gerade. Oh, mein Arscher, du f***st euch doch, Alter. Ich hasse mich zu spielen. Nein. 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 Ja, wir haben verloren, Alter. Ich hab' nicht richtig rum. Also gut, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und schalte auch das nächste Mal wieder mal wieder ein. Abonnieren und liken, nicht vergessen, das Video, ja. Und damit sag' ich Tschau, Leute. Ciao. Und du kommst, Kippe mal. Ciao. Nyauuu. Ja, die Klaus, Alter. Ja, die Klaus, Alter.